Gentlemen, wie gut ist das Haar-Styling-Produkt Cement Clay von Laird Deluxe. Die Verpackung ist ehrlich gesagt nicht mein Style. Dennoch sehr hochwertig, auch mit der Gravur hier oben auf den Deckel. Und die Verpackung fühlt sich auch grundsätzlich sehr, sehr hochwertig an. Der Geruch, sehr cremig und leicht wachsartig. Nichts Besonderes muss ich sagen. Die Inhaltsstoffe, 60% der Inhaltsstoffe sind gut, 40% leider nicht so gut. Der Claim des Produktes, extrem hoher Halt, sorgt für Struktur, Reworkable mit einem mattem Finish. Ob das wirklich stimmt? Meine Vorherfrisur sieht aktuell wie folgt aus. Zum Freestyling habe ich meine Haare einfach etwas angefeuchtet und as usual ein, zwei Drops Arganöl in die Haare eingearbeitet, um die Haare einfach ein bisschen weicher zu machen. Dann eine Föhnbürste dazu und die Haare etwas angeföhnt, damit sie dann perfekt sind für Styling. Kommen wir zur Konsistenz des Produktes. Das Cementclay ist weniger hart, als ich gedacht habe, sondern tatsächlich sehr, sehr weich für den Clay. Das Auftragen des Produktes in die Hände funktioniert tatsächlich relativ leicht, aber man muss seine Hände schon etwas reiben und ordentlich das Produkt aufwärmen, damit sich das Produkt wirklich vollständig in den Händen verteilt. Kommen wir zum Styling. Die ungefähr kirschgroße Portion von dem Cementclay habe ich in mein geföhntes Haar eingearbeitet und ich muss sagen, das ging wirklich relativ easy von der Hand und tatsächlich konnte dieses Cementclay auch meine Wellen vorne relativ gut bändigen. So sah meine Frisur dann nach dem Styling aus. Kommen wir zum Halt. Extrem hoher Halt stimmt nicht ganz, aber ich gehe auf jeden Fall mit einem guten Halten mit. Das Finish ist leider weniger matt, als ich gedacht habe, sondern eher etwas glänzender, aber dennoch trotzdem natürlich. Kommen wir zur Auswaschbarkeit des Produktes. Das wasserbasierte Produkt lässt sich tatsächlich gut aus den Haaren herauswaschen und der Preis, der Preis liegt bei 22 Euro, aber dafür bekommt ihr tatsächlich ganze 120 Gramm von dem Cementclay, was tatsächlich wirklich überragend ist. Für wen ist das Produkt ereignet und kann ich das Produkt weiterempfehlen? Das Produkt ist für kurze bis mittellange Haare sowie für normale bis dicke Haare gleichermaßen geeignet. Für dünne Haare eher nicht so und wenn du auf der Suche bist nach einem definierenden Produkt mit einem guten Halt für widerspenstiges Haar, dann kann man dieses Produkt auf jeden Fall empfehlen, wenn dir die Inhaltsstoffe tatsächlich auch etwas nebensächlicher sind. Totale Punktzahl! Das Cementclay von Lairit Deluxe bekommt 36,5 von möglichen 50 Punkten. Link zum Produkt findet ihr wie immer unten in der Infobox und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Haar-Style.